Das ist, wo ich lebe. Im Schnee, in den Wolken. VESP, Virtual Spaceport. Berlin ist auf jeden Fall ein sehr internationaler Standort und das macht sich halt auch bemerkbar in der ganzen internationalen Kreativszene, die hier ist. Oh, very impressive stuff. Was Berlin für uns als Standort sehr attraktiv macht, ist der große Austausch, der hier stattfindet. Also es gibt eine sehr lebendige Community, viele Entwickler. Was halt hier besonders ist, ist, dass wir einen Pool an AAA-Entwicklern haben. Also größere Studios, die sehr viele Leute nach Berlin ziehen, sehr viele Game-Developer. Since the beginning of time, the night sky has dazzled to all who sleep underneath. Amen. oder? 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 Untertitelung des ZDF, 2020